hallo leute willkommen zurück bei clash royale wir haben ordentlich viel zu tun die kronentruhe muss erspielt werden wir haben auch keine truenplätze dort müssen wir auch wieder gas geben damit wir unser deck nach vorne bringen und wir starten mit unserem kampfdeck was ganz cooles ist dass unsere lakaien auf level 7 sind das ist im vergleich zu den anderen einheiten schon ziemlich weit die sperrkobolle können wir momentan leider nicht verbessern und ich würde sagen das deck das lassen wir erstmal so und schauen ob wir damit etwas reißen können dann starten wir auch schon durch hoffentlich finden wir einen netten mitspieler der uns gewinnen lässt ich glaube es nicht habe er man darf die hoffnung nicht aufgeben mini pecker am start um es geht schon los es geht Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Einheiten her? Hä? Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach... Boah, krass. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Dann müssen wir uns nochmal sammeln. Das war auf jeden Fall eine heftige Nummer. Ich hatte das... Gibt es einen Elixier-Boost? Der Gegner hat ja irgendwie viel mehr Einheiten gesetzt als wir. So hätte ich mir mal einen Angriff gewünscht von uns. Boah, sogar noch mit Verteidigung. Das wird eine harte Nuss. Das sage ich euch. Und so gut wie der spielt, hat der auf jeden Fall auch noch... Jetzt geht es wieder los. Ne, jetzt hat es nicht geklappt. So. Sind wir mal an der Reihe? Na, nicht so richtig, ne? Na, ich glaube, das wird... Jetzt kriegen wir einen rein. Jetzt kriegen wir einen... Ne. Aber der Anfang war genial. Der hat ja uns richtig erwischt. Ach, der hat einen Feuerball. Oh, ich weiß, was... Was passiert, wenn... Wenn er, ähm... Wenn er uns gleich nicht rankriegt mit Truppen. Dann gibt es am Ende, kurz vor Ende nochmal ein, ähm... Feuerball auf unserem Turm und dann war es das. Würde ich mal denken. Oh, jetzt wird es knapp. Jetzt wird es knapp. Setzen, setzen, setzen. In der Hoffnung. Na, haben wir wieder was reinbekommen? Ne, 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 ne. Jetzt gibt es den Feuerball. Ja, war ja klar. Das überrascht mich nicht. Hm, und wieder mal kommt die Frage nach unserem Deck. Ich war in... Ach, ich weiß... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Verbessern können wir es auch nicht. Keine... Ich bin momentan... Momentan ist... Momentan ist irgendwie die... Luft raus. Schauen wir einfach mal... Was sich so tut. Also nicht die Luft raus. Das war das falsche Wort. Irgendwie fehlt die richtige Strategie zum Angreifen. Hm. Mini-Päcker. Lakaien, Skelette, Bogies und noch ein Wut. Damit hat er nicht gerechnet. No. Wir brauchen etwas Größeres. Minipecker, Babydrache, Nein! Jetzt aber, jetzt, komm, 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 ja, yes, die ersten drei, die ersten drei sind drin, Leute, manchmal, und direkt eine goldene, die öffnen wir direkt, zack, und kämpfen auch weiter. So, Minipecker, die Musketieren, die ist auch immer cool. Jetzt müssen wir kurz warten, bis wir wieder genug Elixier haben und dann starten wir nochmal mit dem Minipecker durch, hoffentlich. Minipecker von hinten plus ganz viel Luftabwehr. Ne, Musketieren ist auch immer cool. Lakaien von hinten. Skelette. Oh, jetzt brauchen wir... Ah, jetzt ein Wut wäre super. Jetzt ein Wut-Zauber. Mal schauen, was wir hier so hinkriegen. Das Ding zerstören wir erstmal. Skelette. Minipecker. Und Wut, Wut. Wir brauchen Wut. Wut ist manchmal wichtiger. Ah, super. Super. Perfekt. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen. weiter geht's. Noch zwei Spiele mindestens, aber es werden wahrscheinlich eher vier. Minipecker. Minipecker. Speer. Skelette vor. Lakaien. Ne, das hat leider nicht geklappt. Bogenschutz nochmal. Oh, jetzt kriegen wir einen rein. Jetzt kriegen wir einen rein. Nehme ich an. Skelette. Lakaien. Ah, die Level 7 Lakaien sind gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So. Den Dicken müssen wir direkt angreifen. So. Okay. Skelette. So. So. Musketier. Menipecker. Und nochmal Wut. Ach Mist. Misst. Mist, Mist, Mist. Drachenbaby. mit Lakaien, in der Hoffnung, ne. Die Truppen sind immer schon tot, bevor unser Wutzauber wirklich Schaden anrichten kann. Das ist bisschen schade. Wieso klappt das nie bei uns? Diese Mastenangriffe, wir kriegen das nicht so hin. Die Taktik, die wir durchführen wollten, führt der Gegner durch. Irgendwas stimmt nicht. Den Minipacker ersetzen wir durch den Ritter. So. Der hält auch einiges aus, kostet ein Elixier weniger. Und wir nehmen noch... Wir nehmen noch... Was nehmen wir noch mit? Die Lakaien Horde ersetzen wir mit... Wir lassen mal den Wutzauber raus. Irgendwie hat das jetzt auch nicht geklappt. So. Und die Sperrkobolde ersetzen wir durch die normalen Kobolde. Mal schauen, was das bringt. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Dann fangen wir mal an. Kobolde. Musketieren. Bogenschützen. Ritter. Weil die Taktik finde ich persönlich nämlich richtig gut, wenn wir sozusagen mit Masse... Wir wollen durch Masse bestechen. Das wäre cool, wenn das halbwegs klappen würde. So. Jetzt verteidigen wir noch kurz hier ein bisschen die Seite. Ja. Den einen Turm schenken wir dem Gegner. In der Hoffnung, dass wir jetzt aber richtig schön angreifen können. Nochmal die Lakaien Horde. Und jetzt los. Jetzt wollen wir Boden gut machen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Dann fehlt uns jetzt nur noch eine Krone. Und dann sind wir mit der Krontruhe durch. Das wäre natürlich sehr schön. Und wir müssen nicht mal gewinnen. Es reicht uns ja, wenn wir jetzt einfach einen Turm holen. Auf Pokaljagd sind wir ja eh nicht. So, Kobolde. Ah, die laufen ja so schnell. Das ist ja Wahnsinn. Oh, alle zerstört. Oh Gott. Das wird schwer für uns. Der hat diese scheiß Pfeile. Hm. Oh, 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 oh. Das wird nicht leicht für uns. Das wird ein bisschen... Ah, aber wir haben unser... Wir konnten unseren Turm auch beschützen. Das ist ja cool. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, die Kombination ist nicht verkehrt. Nur wir haben die Pfeile. Das ist unser Problem. Äh, beim Gegner. So. Alles, was aus der Luft kommt, ist gut. Ach Mist. Das ist... Wir werden hier richtig krass ausgekontert. Wir können unsere Masse nicht an den Mann bringen. Das ist schlecht für uns. Oder zumindest nicht so, wie wir es gern hätten. Das ist schlecht für uns. Das ist eher so ein Gleichstand hier, muss ich sagen. Keiner gewinnt die Oberhand. Diese Skelette sind eigentlich auch ganz schön. Die lenken immer. Ach, sehr schön. So, Musketierin. Drachenbaby. Alter Schwede. Was hat der denn für Karten? Ganz ehrlich. Der kommt bestimmt jetzt nochmal mit dem... Mit dem Prinzen. Genau, von der anderen Seite. Das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, da gibt es aber richtig auf die Nuss. So, Lakaien. Ritterbogenschützen. Lakaienhorde. Babydrache. Skelette. Oh, jetzt müssen wir links aufpassen. Wenn der schlau ist, greift der von links nochmal an. Oh, jetzt müssen wir links aufpassen. Ja, der Angriff kommt links. Wir müssen nochmal ein bisschen verteidigen. Ne, das war eine richtige Puttsituation, muss man sagen. Da konnte sich echt keiner durchsetzen. So, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Skelette. Musketieren. Und Bogenschützen. So, schauen wir mal, was das gibt. Level 6 Barbaren sind natürlich auch eine üble Nummer. noch ein Ritter. Der Ritter ist wirklich nicht schlecht. Der hält viel aus. Oh, ne. Hier ist einfach... Der Gegner hat wirklich starke Einheiten, muss man sagen. Das muss man... Ne. Da können wir nicht mal gegen halten. Der macht uns einfach platt. Ich weiß nicht wieso. Es gibt die Gegner da... Ähm... Das kriege ich nicht verteidigt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob... Was da los ist. Level 7... Ja, der hat anscheinend auch wirklich stärkere Gegner. Der entscheidet jedes Duell für sich. Vielleicht liegt es da ran. So richtig punkten können wir auf jeden Fall nicht. So. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So. also hier kriegen wir sicherlich nicht unser unsere letzte krone das glaube ich nicht das glaube ich nicht so eine gratis truhe vielleicht bringt die uns glück mal schauen weiter geht da hatten wir aber einfach keine schnitte klar wenn wenn der gegner dann noch zu dem dass er eine gute taktik fährt noch die besseren karten hat dann macht das einen sieg ja fast unmöglich lakaienhorde in der hoffnung dass wir ein bisschen durchkommen scheint aber nicht ganz klappen da wird richtig gespammt auf der anderen seite ein schuss konnten wir landen und jetzt kriegen wir richtig probleme mit dem drachen baby skelette uiuiuiui ritter noch mal musketieren kobolde lakaien ach super ich habe gerade bei amazon leute reapers of soul im blitz angebot für 13 97 erstanden ich war auf der warteliste und habe immer wieder mal drauf geguckt in hoffnung dass ich noch rein komme und das hat geklappt das finde ich ganz cool für 13 euro kann man sich das bestimmt mal antun so dann kaufen wir das doch mal ach die hexen schon wieder morgen ok gratis versand sehr schön sehr sehr gut oh jetzt verlieren wir deshalb fast ich hoffe das kriegen wir hier noch gebacken wir wollen den ansturm na irgendwie aber können wir uns auch nicht durch ringen einen punkt zu machen nee wir wollen drachen baby jetzt kobolde oh nee läuft nicht läuft nicht mhm ok dann geht's weiter ritter musketierin und skelette als kanonenfutter bogenschützen oh nein die bogenschützen haben ernsthaft nicht abgelenkt oh was für ein fail was für ein fail was für ein fail schaffen wir es schaffen wir es überhaupt noch einmal hier jemanden zu ein wir brauchen ein turm ein turm unmöglich 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 für uns ach ja ne die kontern wir mit dem ritter aus oh no oh no oh no oh no oh no oh no naja hoffen wir mal dass der sich auf unseren dass der sich jetzt nicht zu tode defft und lieber er defft sich zu tode sehr gut sehr gut dann können wir hier noch eine eine hochkarätige runde spielen wie es aussieht weil der uns nicht einen turm gönnt tja so ist das manchmal anstatt naja ok ok dann gibt's halt auch keine drei kronen für den anderen wie er möchte kein problem für uns kein problem kein problem wenn er es verteidigen möchte dann kann er verteidigen so na vielleicht jetzt yes halleluja ach wir können sogar noch gewinnen das ist ja lustig das ist ja lustig jetzt werden wir dem natürlich auch nichts mehr schenken so musketieren ritter bogenschützen hinterher skelette als kanonenfutter lakaien in die luft kobolde ritter bogenschützen skelette musketieren so oh 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 haben wir es noch in 10 sekunden ach schade 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 aber das was wir wollen haben wir erreicht wir haben unsere kronentruhe kronentruhe super sehr sehr schön kronentruhe ja auch nicht verkehrt ja auch nicht verkehrt perfekt dazu spenden können wir gerade nichts oder nein können wir nichts alles klar ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen und ich wünsche euch einen schönen donnerstag bis zum nächsten mal macht's gut ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal